Hallöchen Freunde und willkommen zurück zu den Chroniken hier aus der Saphirbucht von dem kleinen Örtchen Hochwellenberg auf Servar im Dreielbenland aus Neugedung vom Herrn Lortegen, der ich da bin. So, ähm, bam, 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 wir brauchen nochmal ganz fix, brauchen wir noch etwas und zwar ein paar Töpfe, mal gucken, ob wir die haben, da schon mal nicht, da auch nicht, da auch nicht, hier so, nein, vielleicht hier so, auch nicht, okay, warte, dann schaue ich nochmal hinten im Lager, ob wir dort eventuell noch Töpfe haben. Jo, weil mir ist dann nämlich noch etwas zugetragen worden per FMS-System, also das Flapsi-Mail-System und zwar möchte die gute Hanne doch bei sich ein paar Pflanzen haben, deshalb brauchen wir jetzt erstmal Töpfe. Also gesagt, vorausgesetzt, ich habe welche. Das sieht nicht so aus, ich glaube, haben wir den, die Steinziegel haben wir nicht, da wo haben wir die Steinziegel? Was ist das hier? Ach, das überschüssiges Material. Doch, hier, äh, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, machen wir mal drei Stück. So, so und so. So, da brauche ich eine Schere. Oh, da brauche ich eine Schere. Und da müssen wir uns auf die Suche nach Farn machen, denn sie hätte doch gerne einen Farn im Topf. Jetzt natürlich die Frage, wie so ein Farn aussieht, ne? So, das ist die hier. Ich nehme mal mit. So, vier Stück. Äh, ich probiere das gleich mal hier, ob das funktioniert. So, so. Das funktioniert natürlich nicht, okay. Hm. Wo bekommt man denn sonst einen Farn her? Einen sogenannten. Äh, ich gucke mal eben kurz auf die Karte. Okay. Gut, dass ich hier... Aha. ...noch gar nichts habe. Tja. Dann gehe ich mal kurz ein bisschen auf Wanderschaft und gucke mal, ob ich einen Farn finden mag. Habe ich ein Bett mit? Natürlich nicht. Haben wir ein Bett noch hier, haben wir nicht. Okay, dann nochmal kurz zurückgeeiert. Dann schauen wir mal, dass wir da was finden. Weil ich habe noch vom alten Boomcraft-Texturenpack, habe ich da noch was im Kopf. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das denn auch wirklich so ein Farn ist, wisst ihr? Aber warte mal, das Ding nennt sich Gras, okay. Hier ein Gras, da ein Gras, dort ein Gras und hier ein Gras. So, das spielt wieder in der Hand. Und dann gehen wir mal auf die Suche. Genügend Essen haben wir mit. Ja. Dann schauen wir mal, was die weite Ferne denn so bringen mag. So, vielleicht müssen wir auch gar nicht so weit. Vielleicht findet man Farn auch relativ nahe hier in der Umgebung. Was natürlich auch sehr schön wäre. Ich habe mein Fernglas, habe ich mal mitgenommen, dass wir mal ein bisschen in die Ferne spielen können. Das sind auch schöne Rosen. Pfingstrosen sind das, glaube ich, ne? Dann schauen wir doch mal da entlang. Ja, ansonsten wurde auch ein guter Tipp, wurde mir auch gegeben. Und zwar, dass wir die ganzen Bücher von Marion, die uns eventuell betreffen mögen, hochbringen in das Gebäude hier und dort in einem Büro. Wir müssten ja, glaube ich, noch zwei Stück theoretisch frei haben. Unterbringen als Staats- oder Dorfangelegenheiten oder irgendwie so ein Zeug. Da müssen wir dann einfach mal gucken. So. Da müssen wir jetzt dann irgendwo mal pennen. Diese Richtung, diese Richtung. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wo ich lang gehen muss. Allzu weit können wir nicht, weil wenn wir aufs offene Meer treffen, ähm, bräuchten wir ja theoretisch ein Boot. Und ich habe nicht vor, so weit, äh, zu gehen. Oder zu fahren. Je nachdem, wie man es sehen möchte. Hui. Weil auf dem Wasser finden wir definitiv auch keinen Farn. Oder muss ich da für in die Wüste? Wuffman! Oh, warte mal, warte mal. Ich habe kein, kein Knochen. Magst du Steg? Hey, bleib mal stehen. Halt, stopp. Hier. Magst du mich jetzt? Ach nee, das war, ich brauche definitiv Knochen. Okay. So. Meine Weite ist so dicht, dass man nichts sieht, ne? Was ist das? Nee, das sind, glaube ich, Maiglöckchen. Nee, aber dann gehen wir mal ein Stückchen da lang. Äh, tschübi! So. Kurzes Bad, vorm Schlafen gehen. Jo, was machen wir, wenn wir keinen Farn finden? Gute Frage, ne? Ich könnte nach Hunskrab eventuell gehen und dort mal herumfragen, in den verschiedenen Geschäften. Und mal gucken, ob es dort einen Farn zu kaufen gibt. Das ist, glaube ich, die bessere und schnellere Methode, wenn ich mich nicht täusche. Naja, wir gucken nochmal eben hierher, weil da irgendwie etwas farbig anders aussieht. Zum Glück hat mir die Hanne ja aktuelle Karten mitgegeben. Oh, wir scheinen nicht mehr alleine zu sein. Wer schläft denn da nicht? Geh ins Bett. Es ist schon Nacht. Denn sonst kommt die Monsterschaft. Will dann gar meinen Kopf abbeißen. Wonach ich mich aber gar nicht reißen. So. Dann gucken wir nochmal hier da so. Ach, das sind nur hier Herbstbäume. Okay. Okay, dann müssen wir definitiv den Weg nach Hunskrab antreten. Also ich dachte, es sei im Vorbeischwenken geradeaus wie ein Dach. So. Doink, 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 doink. Und los geht's. Jetzt da das ganze Meer so belebt ist, mag man sich gar nicht mehr so dran erinnern, wie es eigentlich früher mal war. Da hast du mal ab und zu so einen Tintenfisch gehabt. Dann später mit dem Update kamen die Monstrositäten in den Tempeln dazu. Und das war's. Durch die ganzen Fische, dieses Unterwasserleben, die Flora und Faune unter Wasser, möchte ich es einfach mal nennen, die jetzt mit dabei ist. Und sogar die Unterwasser-Zombies. Habe ich da gerade ein Skelett gehört? Scherge. Ich höre aber Seelen nicht. Vielleicht hier. Eine Spinne. Nein, du tust mir nichts. Nee, nee, nee. Bin ich viel zu schnell für dich. Ein Farn. Der heilige Gral der Gräser. Der Farn der Farn, der wird gesucht. Tja. Aber wo er ist, das weiß keiner. Ich hoffe echt, dass wir in Hunsgraben vielleicht Glück haben. Und uns das eine oder andere und das andere und das eine leisten. Dann nehme ich gleich mal ein paar Smaragde aus der Stadtkasse mit. Beziehungsweise ist ja meine Privatkasse. Eine Stadtkasse haben wir ja noch gar nicht. Bin ich hier überhaupt noch richtig? Ja, bin ich. Ich bin absolut richtig. Und wahrscheinlich schon an zehn Farnen vorbeigerannt. Bestimmt. Mieterkatze. Na, ihr Kühe. Eine Stadtkasse müssen wir aber definitiv auch einrichten. Weil wir müssen ja auch Tribut an Hunsgrab zahlen. Sogenannten Wegezoll. Oder Handelszoll. Irgendwie sowas. Halt Smaragde haben wir hier. Ich nehme einfach mal 19 Smaragde mit für einen guten Einkauf. Vielleicht können wir uns das eine oder andere Reparaturbuch noch gönnen. Dann brauchen wir definitiv noch hier... Wo ist unser Handelsbuch? Buch und Feder. Das ist es, glaube ich. Eintrag 1. Handelseinnahmenfirma Dunkelau und Sitzling benötigtes Material Granit und Namensschilder. Okay. Siehst du, gut, dass ich reingeguckt habe. Upsa. Jetzt habe ich da was geschrieben. Ne. Äh, Granit. Nehme ich mit. 16 mal 16 Stacks oder... Das ist eine gute Frage, ne? Äh, ich schaue mal, was wir da haben an Granit. Und dementsprechend nehme ich mit. Huch. So, Granit. Polierter Granit. Habe ich nicht noch Rohrengranit irgendwie? Das ist hier außen, oder? Okay, pass auf. Dann. Hallo. Entschuldigung. Ich... Da ist doch Granit. Dann nehme ich 1, 2, 3, 4 Stacks davon mit. Und 1, 2, 3, 4 Stacks davon mit. Und das, was ist das hier? Überschusskiste, ne? Okay. Das bringen wir dann mit. Und Namensschilder. Namensschilder habe ich, ich glaube, beim Angelladen. Weil wir durchs Angeln so viele Namensschilder erhalten haben. Hallo. Grüß Gott. Servus. Mahlzeit. So. Wann ist denn hier schon wieder los? Nein. 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 Fünf Stück? Lass ich mal eines hier. Dann nehme ich mal vier mit. Ich habe doch viel mehr. Kugelfischel, normale Fischel, solche Fischel, Muscheln, Sättel. Okay. Könnte höchstens vorne noch gucken, ob wir da noch was rumfliegen haben. Mal gucken, vielleicht haben wir ja auch schon wieder ein bisschen was eingenommen. Kann ja auch sein. Klar, könnte ich jetzt mit Knochenmähe hier rumdoktern, bis ich irgendwann mal so einen Farn habe. Aber wer weiß, ob ich überhaupt im richtigen Biom bin. Kann mir auch keiner sagen. Beziehungsweise sagen kann mir das bestimmt irgendjemand. Aber, äh, 17-notiluschen, nee. Hier so, nee. Da so, nee. Das sind die Böwen. Das ist das Zeug. Wo ist denn diese ominöse Angelkiste, die ich mal hatte? Gibt's noch nicht. So. Namenschild? Nein. Namenschild? Nein. Namenschild? Nein. Hier nicht. Da? Auch nicht. Da sowieso nicht. Hier nicht. Oder auch nicht. Tja, dann muss ich wohl demnächst mal wieder angeln. Wahrscheinlich. Haben wir hier noch was drin? Nee. Na gut. Hm. Habe ich vorne noch eine Angelkiste, wenn ich angeln war? Da können wir gleich mal gucken. Nee, da steht nicht wirklich was. Könnten wir jetzt hier nochmal gucken bei den Menschen? Schönen Grüß Gott. Nee. War das eine Katze? Weiß nicht. Katzen gibt's ja hier wie Sand am Meer. Hier gibt's die ganzen Fische. Vielleicht hat er hier noch was. Wer auch immer hier wohnen mag. Da wohnt noch gar keiner. Nö. Okay. Gut. Dann. Upsi. Vielleicht beim Andi. Nee, der Andi, der repariert nur Angeln. Hier sind wir durch. Und hier haben wir sowas ja nicht, ne? Da nicht. Und da nicht. Können wir jetzt da vorne jetzt nochmal gucken? Aber ich bezweifle, der Dorfälteste. Ja, grüß Gott. Eine Hühnerfarm? Ja, Hühner, Hühner, kriegen wir hin. Sag ich jetzt mal nicht nein. Eine Hühnerfarm? Ja gut. Wenn das so gefordert ist vom Ältesten aus, welchen Gründen auch immer, machen wir halt eine Hühnerfarm. Wieso sollten die eine Hühnerfarm machen? Ne, ich frage mich nicht, wie der da bin. Das ist wohl mein letztes, kleines. Nee. Nee, nee. Nee, nee. Na gut. Werde ich wohl irgendwann mal wieder ein bisschen angeln. So, wenn wir jetzt einen Hunskraub sind, dann müssen wir erstmal hier einen Blumenladen finden. Autsch. So. Hui. Äh, da. Ein Blumenladen. Wo könnte ein Hunskraub denn ein Blumenladen sein, sag mal? Ich weiß, damals habe ich noch beim Bau zugeguckt, als der gemacht wurde. Aber wo das war, ich kann mir doch solche Sachen überhaupt nicht merken. Ich bin doch da extrem schlecht in sowas. Ähm, vielleicht beim großen Handelshaus vielleicht. Wo war das denn nun wieder? Hm, Richtung Hafen. Was ist das hier? Das hier ist klar, aber das hier? Das hier ist auch klar. Das sagt mir gerade gar nichts. Das müsste irgendwo hier, müsste das sein, dieses Lagerhaus. Das könnte eventuell... Nee, glaube ich nicht. Hier oben. Das hier müsste es sein. Genau, das ist das. Das heißt, wir müssen jetzt einfach mal komplett durch Richtung Osten. Das heißt, wir gehen durchs kritische Gebiet. Höh. Naja, vielleicht... Warte mal, hier war doch immer ein Boot. Wo ist es hin? Jemand hat das Boot geklaut. Frechheit. Aber ich habe einen Delfin gesehen. Da ist er. Hallo, Mr. Delfin. Kommen Sie mit. Wir haben es eilig. Schwimmer und die Wette. Ich könnte theoretisch auch bis dorthin schwimmen. Hat ja eine Wasseranwendung, ne? So, Bahn frei. Oh, der Delfin ist weg. Schade. Aber wir haben ein gutes Stück geschafft. So. Einfahren, einfahren. Der soll es sein. Ob groß, ob klein. Mir allerlei. Warte mal, vielleicht... Etwas Futter für den Tag. Schade, kein Fahren. Schade. Gut, dann laufen wir mal in Richtung Lagerhaus. Hier ist der Lehmensch. So, da ist... Ja, ja, zum Markt gehen wir dann auch noch. Beziehungsweise, wenn wir gerade schon mal hier sind, dann schauen wir erstmal runter zum Markt. Hallo, Framerate. Grüß dich. So. Hier haben wir Andesit und Diorit. Granit. So, Granit rein. So, und dann kann man auch quasi hier so den polierten Granit mit reinstopfen. Namensschilder. Tut, 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 tut. So, hier schaut noch alles gut aus. Irgendwelche Einnahmen? Nein. Okay. So, dann weiter Richtung Osten und hoffen, dass es das gibt, was wir begehren. So, hier, da, nein. Da unten müssen wir hin. Das da ist es, glaube ich. Original Falkensteiner Felsenblock. Nee, wir brauchen eher was Blumiges statt was Felsiges. So, muss man meinen Stift hier aufräumen, weil sonst schieße ich den hier noch durch die Gegend. Möchte ja auch keiner. So, Hallöle. Grüß Gott. Tja, das sieht mir hier aber nicht farnig genug aus. So, gar nicht. Gar nicht farnig. Okay. Freunde, was machen wir denn jetzt? Was ist das da? Warneingang? Oh. Kein Farn. Tja. Hm. Ich könnte hier irgendwo gucken, ob hier ein Blumenladen ist und hier eventuell unter Umständen vielleicht. Man weiß es nicht. So, was haben wir hier? Haus der Legendenwähler. Die Geschichte der Welt findet sich in den Maschen wieder. Nein, das sind Teppiche und sowas, glaube ich. Hier ist die Bogenschießanlage. Und hier ist dann auch Schluss mit der Framerate. Das ist so merkwürdig und seltsam. Aber das liegt... My Kondo? Was? Ich glaube, da muss ich mal kurz mit... Ceron reden. Warum der My Kondo Bürgermeister von Hunsgrab ist. Da ist ja irgendwas dann ganz falsch gelaufen, glaube ich. My Kondo, der Typ aus dem Osten. Auf dem Markt bietet das, glaube ich, auch keiner an. Tja, dann gehen wir mal ins kritische Gebiet. Hallo, Pilze. So, was haben wir hier? Ehemals Powerplayer-Threadstone-Stübchen. Botschaft von Quallenkopf. So, vielleicht ist ja... Ach nee, ich dachte, das wäre einer dieser Hunsgrabe-Mülleimer. Eingang Hammerson-Schacht. Mulenja. Tja, Freunde. Liebe Hanne, tut mir leid. Mit deinem Farn sieht das wohl gerade etwas schlecht aus. Um nicht genauer zu sagen, sehr schlecht bis nicht findbar. Was ist das hier? Holz. Wo bin ich denn jetzt hier? Ist das hier nicht... Wie heißt der hier? Farben, Färber und Gerber? So, wir könnten mit dem Zeppelin über... Ne, ich habe kein Boot da, ne? Jetzt bin ich schon wieder am Hammerson-Schacht. So, was haben wir hier? Grobe Erde. Oh, da müssen wir... Tagelöhnerputze. Wir müssen grobe Erde auch herstellen für die... Dings hier, für die Formel Schweins. Da müssen wir ja auch noch Material ranschaffen. Ui, 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 ui. Was ist das hier? Das ist das Schwimmbad. So, und jetzt wird die Framerate einstellig. Ich bin mal weg. Alter, hallo! Ja, wie gesagt. Hunsgraberhafen, Becken, Baden, verboten. Das liegt einzig und allein am Shader. Ich habe es ja mal getestet. Irgendwie diese ganzen Dorfbewohner... Also je mehr Dorfbewohner es werden... desto schlimmer ist der Shader hier am... äh... rumverarbeiten. Warum auch immer. Ich gucke auf meine Auslastung nach nebenan. Die liegt bei 23%. Also... Hm. Scheiße programmiert, würde ich sagen. Aber ich liebe ihn einfach. Wäre so schön. Angelfreuden. Oh, Angelfreuden? Niko B. Obst und Gemüse? Nee. Kennt ihr fahren? Fahren, fahren, fahren? Nicht so. Okay, dann... Jo, geht's wieder zurück nach Hochwellenberg. Und für euch ist auch wieder Zeit auszuschalten, Freunde. Ich sage vielen lieben Dank fürs Einschalten, fürs Beisein und fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann in Hochwellenberg das nächste Mal wieder. Und bis dahin wünsche ich euch was. Macht es gut und... Tschüssi Kowski! Tschüssi Kowski! Tschüssi Kowski!